So, vorweg kurz mal zum Livestream, den ihr jetzt gleich aufgezeichnet sehen werdet, etwas. Die Qualität von dem Video ist jetzt echt, tut mir leid, unter aller Kanone, weil ich halt mit X-Splid mit 700 mal irgendwas gestreamt habe. Grund war einfach, weil Sleeping Dogs in 1087x27 den Stream zum Leggen gebracht hätte. Und ja, theoretisch hätte ich mit Traps aufnehmen können, werde ich auch nächstes Mal machen. Also die nächsten Streams, wenn die bei mir hochkommen, sind die dann auch in HD. Da werden die einfach mit Traps das Spiel aufgezeichnet, mehr werde ich dann auch nicht machen. Hier habe ich halt mit X-Splid selber genommen, deswegen habt ihr auch ein schönes Wasserlogo, weil ich eben nicht die Premium-Version habe. Falls ihr den Schriftzug, der da unten durchläuft, ernst nimmt, wäre super. So ein bisschen drauf achtet, wäre ziemlich cool von euch, weil dann könnte ich mir X-Splid mal Premium holen. Vorteil ist, die Videoqualität beim Streamen wäre ein bisschen höher und auch hier jetzt am Ende bräuchte ich, dass ich mit Traps aufnehme, weil mit X-Splid hat halt den Vorteil, dass es ressourcenschonender, wenn er selber aufnimmt. Mit Fraps hätte ich das zum Beispiel bei Sleeping Dogs nicht machen können. Daher wäre mir der ganze Streamlink mit zusammengebrochen. So, jetzt wünsche ich euch aber trotzdem viel Spaß. Ich hoffe, wir können mit der Qualität halbwegs leben. Wie gesagt, beim nächsten Mal wird es hoffentlich besser und ich bin Elberder5. Viel Spaß jetzt und bis denn, ciao. So, macht er das jetzt? Ah, es ruckelt. Ja, macht er. Es ruckelt aber nicht, ne? So, das weiß man jetzt besonders nicht, weil sich das Bild nicht bewegt, aber hey. Welches Dragmania? Hallo, danke. So. Gut, Hechi, ich habe dir Patty nicht ausgespannt. Das kannst du dir so auch gerne selber fragen. Oh, jetzt gibt es hier noch Scheide und Frauen. Wow. Ja, ja. Opfer. Ach, und falls Sie jetzt gerade die Aufnahme von dem Video sehen, ähm, ja, ich habe vergessen, den Streams früher aufzunehmen. Tja, Shit Happens, ihr habt Pech gehabt. Kann ich nichts für. Äh, nur was. Hm? Ja, hier will einer wissen, welche Musik in dem Need for Speed World Part 5 gelaufen ist. Wie heißt da der erste Titel? Ja, genau. Ich kann jetzt auch im letzten Mal erstmal in die Folge reinschauen. Was ist ein Dachschaden, Kollege. Wollte ich auch gerade sagen, ne? Hallo. Na, wo ist denn die nächste, wo ist der nächste Code, komm? Ähm. Ansebes LP 75. Trackmania ist kostenlos, nur so als M4, ne? Trackmania Nations Forever ist mir kostenlos. Ja, ja, ich verstehe nämlich dadurch, ich verstehe nämlich nicht, wieso er meint, du sollst noch bis Oktober damit warten. Die LP oder Kronkh. Oh, ich habe die Frau getötet, Entschuldigung. Oh, ich habe die Frau getötet, Entschuldigung. Oh, ich habe die Frau getötet, Entschuldigung. LPN, du sollst einmal Gutecht sagen. Gutecht. Oh. Fick dich doch, du. Wann kommt wieder LPN05 stiftet Frieden in Brink? Äh, mit Brink zucke ich aktuell kaum, also weiß ich noch nicht. Wer, ist das bei dir eigentlich auch so, dass so viele solche komischen Zeichen posten? Ja, kannst du dir auch noch auf den Sack. Headshot. Die Leute, die das jetzt noch machen, die kick ich einfach gleich. Und Kick ist in diesem Fall fünf Minuten dran. Wie alt ist deine Schwester? Hat ihn scheiß gleich zu interessieren. Äh. So, komm. So, jetzt roll ich einfach mal runter, weil mir da oben einfach zu viel ist. Wo kaufst du deine Spiele? Amazon meistens, im Normalfall. Ist eigentlich am einfachsten, finde ich. Ich soll dir sagen, dass du nicht die 90 GFFY abonnieren sollst. Ich abonnieren nur Leute, die an Videos nicht gucken. Und solche Leute wie du, die sich um Abos betteln, nee. Das habe ich nicht nötig. Wie lange machst du deine Livestream? Ich denke mal eine Stunde, so bis kurz nach neun irgendwann, denke ich mal. Nicht viel länger. Ich werde dafür öfters mal machen, nächste Zeit. Okay, jetzt kriegen wir hier erstmal zwei Stück Klaus-Prochefs. Yo, gerade schon übertrieben Action. Ich bin bei Alarm sogar bei Elphi angekommen. Das Schöne ist, ich kriege gar nichts von dem Spiele mit. Machst du auch gleich noch ein Need for Speed-Spiel? Nein, da ich jetzt gerade aktuell glaube ich keinen Social-App aufgezählt. Außer Schrift halt, und das ist jetzt gleich, ja. Machst du mal wieder ein Video, wo du deinen Minecraft-Berber zeigst? Achso, mein Server oder meine Welt? Was meinst du jetzt? Nicht, dass wir überzeugt sind. Müsste ich mal wieder, ne? Der Kai hat mich auch so lange wieder dazu gebracht, dass ich auf den Server wieder spiele. Oh, Leute, was schreibt ihr hier eigentlich für einen Scheiß, ey? Das riecht doch hoch. Ich höre gerade nur einen Autopiech, ein großer Typ. Ach, leg mich doch, ey. Was haben die für Waffen? Du kriegst jetzt mal einen schönen Bann für immer. Töne Lüge. Hat dein Name Copyright? Klar, ich hab ihn auch als Patient eingereicht, wisst du, kostet ja überhaupt kein Geld oder so. Wie viel kostet eigentlich Patent? Scheiße viel, ne? Also nicht Patent, sondern Copyright auf den Namen setzen. Copyright kostet viel, ja. Ich würde es mir gerne machen, aber, äh, nee. Noch ist das, glaube ich, nicht nötig. Gronkhart-Copyright auf seinen Namen, ne? Finde ich toll. Ja gut, er hat auch seine Firma und Internetseite, die heißen ja alle so. Hey, Jo. Hi, Jungs. Hab ich die großen Sache. Äh, frag mich grad, weil auch bei mir der Chat abgekackt ist. Bei mir nicht. Das Letzte, was bei mir steht, ist BAM. Stopp. Dann bist du noch auf der Schule oder machst du Ausbildung? So, ich bin noch auf dem Gymnasium, wer es wissen möchte. Also ich bin aktuell noch auf der Schule. Nächstes Jahr höre ich dann auf und dann werde ich den mit Studium beginnen. Bist wahrscheinlich. So, das habe ich es vor. Boah, Alter, ist einfach nur übertrieben. Ist das die Sequenzialo? Äh, du sollst den Michi 90 IFY wenigstens, du sollst bei ihm mal wenigstens vorbeischauen und eine PN hinterlassen. Nur damit du dich fanfühlst, ich kann gerne mal vorbeischauen, aber ich werde dir extra was in deinem Kanal schreiben. Vielleicht, weil ich bei jedem, der mir das schreibt, bei ihr vorbeigucken würde, hätte ich am Tag nichts anderes zu tun. Ich glaube, ihr wollt auch noch ein Let's Plays sehen. Putzi, du gehst mir sowas von auf den Sack, weißt du das? Und komischerweise, kann ich sehen, kann. Komm schon jetzt, komm her, du Sau, ich will dich in die Luft jagen. Also nicht die Putzi. Tschüssi. Äh, machst du wieder BW, machst du ein BW-E-13-LP? Nein, ich mag die Wester-Spieler, die sind einfach nur dumm. Oh, schlecht gemacht, finde ich persönlich. Oh, ich bin echt voll gehatet und alles. Werd ich zumindest nicht mehr. Den Befehl, den ich vorhin einbauen sollte, den wollte, habe ich leider nicht mehr einbauen können. Dann machst du das nächste Mal. Ja, dann sperre ich nämlich einfach den Chat. Na, äh. Dürre, ich kicke dich. Bei CUT-Technik, im Gegensatz zu dir nichts gemacht. Eben. Äh, du sollst mal Lucas Rodz sagen. Nein, werde ich nicht sagen. Pff. So. Ich habe bei mir jetzt noch ein bisschen Niveau. Nein, leider gibt es hier noch keinen Crabby. Was ist deine Lieblingsautomarke? Lieblingsautomarke ist, ähm, Lamborghini. Was hörst du für Musik? Äh, Techno, Top 100, bla, gemischt. Also ich habe mit keinen festen Musikgeschmack. Wie sollen die Lieder gut klingen, höre ich sie. Also ich brauche halt nicht unbedingt eine bestimmte Musikrichtung. Warum spielst du eigentlich auf V.O.V. Live und nicht auf einem Surfer, den du kennst? Ich kenne V.O. ja wohl, wenn ich darauf spiele. Worum geht es in dem Game? Äh, die Triaden und Berliss an der Cover Cop muss halt in die Triaden eindringen und, äh, oh scheiße, ich losse mein Tatschut gerade, weil ich mir gerade erstmal eine geraucht habe. Ähm, nein, hier geht es nicht darum, jetzt an der Cover Cop in Triadengang einzudringen und, äh, man kennt das ja. Kannst du mal LP mit Cam machen? Let's play mit Cam, ja, würde ich bei den Gruselspielen machen. Ich habe auch Minecraft mit, äh, Cam, kann man... Scheiße, ich habe es verkackt gerade, weil ich nämlich nicht hinterhergehamt bin, in Deppen. Ah! Äh, ich habe mich aufs Rauchen konzentriert. Also im Spiel, wenn ihr versteht, wenn ich es nicht... Hast du dir F1 2012 vorbestellt? Nein, noch nicht. Machst du Rap? Ja, mag ich. Also, Deutschen zum Teil. So, ich habe früher ein bisschen Bad gehört, aber heutzutage eher weniger, weil das ist alles so... Also, hier ist es auch hier heuerlich. Spielst du mal Kingdom How? Nope, ist ein Rollenspiel, oder nicht? Ich bin nämlich ganz irre. Genau. Ist so mein Acht. Was hältst du von Need for Speed, Row Street? Geiles Spiel wird auch noch das Play, wie gesagt, ich mache hier sowieso alle NFS. NFS, deswegen bin ich in der Frage, okay, machst du das und das, NFS, kommst sowieso, aber ich kann dir rechnen. An Red Dragon, das Spiel heißt Sleeping Dogs. Schlafene Hunde auf Deutsch. Kannst du mal auf so einen Eingang und schlafene Hunde mal gucken, was du was findest. Ich wünsche dir viel Spaß. Äh, was ist deine Lieblingsfernseher hier? Äh, hau her mit your mother. Ne, nein, Big Bang TV. Big Bang TV, würde ich lieber. Magst du Crow? Jo, höre ich aktuell auch ziemlich viel rauf und runter von dem Kollegen. Ne, raus du. Nein. Rauchen sie was ganz Schlimmes, liebe Kinder. Spielst du Alarm-Alarm-Fillgruppa Elf Undercover? Ich kenne andere Spiele, wofür ich mein Geld lieber verschwende, in dem Monat. Es ist wirklich so, Alarm-Fillgruppa Elf ist jetzt nicht wirklich hochwertig. Machst du ein Let's Play von Little Big Planners? Ne, also ich habe es zwar ein bisschen selber gespielt, aber es reißt mich jetzt nicht so wirklich. Es ist okay immer zwischendurch, aber ich kann es wirklich nie mal so ein paar Stunden spielen, das geht nicht. Jetzt komm, greif mich an. Greif mich an. Der soll mich angreifen, die Sau. Was hältst du von Need for Speed Most Wanted? Äh, von dem neuen Need for Speed Most Wanted? Äh, ich kann es dir noch wirklich kein sagen, weil es er bisher noch nicht gespielt hat, wie gesagt. Erst zum Release, wenn ich es dann haben werde, wird es irgendwann mal was sagen können, sagen wir mal so. McDonald's oder Burger King? Äh, McDonald's. Mein Gott, ich bin gerade so konzentriert hier. Ihr könnt mir ja keine Fragen stellen, wo ich ja richtig antworten muss. Äh, dann beantwortet doch einfach ja, nein. Stellt man nur ja, nein Fragen. Das ist das Einfachste, wenn ich gerade spiele. Alter, wie lange hält der denn aus, meine Fresse? Es stirbt endlich, mein Gott. So. Was magst du am Skyline, Skyline so Hammer? Äh, 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 sieht gut aus. Soll ich mal sagen, was ich an ihm so gut finde? Spider, nein, möchte er nicht haben. Was möchte ich nicht haben? Oder möchtest du das auf Deutsch haben? Nein, das reicht mir so, vollkommen. Ich kann genug Englisch. Geht's mal auf Monster Hunter? Äh, nein. Ich hab's mal auf PSP gespielt, es war echt scheiße. Was ist lieber, Katze oder Hund? Fuck, ich hab' kaum verloren. Äh, wir haben Hund, ich bin, aber ich find Katzen voll geil, weil ich war letztes Mal bei meinem Cousin und, äh, die Viecher sind, ja, super. Wie findest du Slender? Ich hab's ja nicht gespielt. Ich hab mich aber schon bei den Videos erschrocken, also könnt euch schon mal was auch freuen, wenn ich's mit Webke mache. Ich werde kreischen wie ein kleines Mädchen vorm Bildschirm sitzen. Ja oder nein? Das ja oder nein? Ja oder nein ist die Frage. Jein. Also steig' ein scheiß Limo ein, danke. Magst du echtes Wrestling? Äh, 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 ich hab's früher mal guckt viel, aber irgendwie aktuell, es reizt sich nicht mehr, seitdem ich weiß, dass es alles geschauspielert ist. MW3 oder Battlefield 3? Battlefield 3. Vor allem Battlefield 3 schreibt man nicht so, wie es der da geschrieben hat. Wie er es denn geschrieben? Bati-Frei, äh, Bati-Fiel-Greif. Wie hättest du Flash Games, Elpen? Äh, äh, nein. Also außer, außer Happy Wheels, vielleicht nichts machen. Wie findest du Dead Island, äh, Dead Island, ja. Ähm, Dead Island ist eigentlich echt geil, aber irgendwie, ich muss sagen, das Spielprinzip wiederholt sich das mir zu sehr und, äh, mal gucken wie der nächste Teil wird, ist ja schon angekündigt worden, jetzt, wie heißt er, Dead Island, äh, äh, keine Ahnung. Tronk oder Saratza? Tronk. Äh, Tony Hawk, hast du die Absicht, Tony Hawk zu spielen? Nein, hab ich nicht. Also, ich hab's früher mal ein bisschen gespielt, komischerweise im Frühjahr, wo es Asset Pro Skater war, da gab's ja auch diese kleinen Loot-Effekte. Alter, ich konnte da nicht hingucken. Ich hab mich wirklich wie geekelt. Äh, was war denn noch hier? Äh, äh... Dann kennst du, kennst du Pete Smith? Klar kenn ich Pete Smith, erst recht, weil Pete Smith mein letztes Dutch shoulder-Video als Finale geliked hab und ich sogar bei denen während ich im Urlaub war in der Abobox war. Für welche Konsole holst du dir F1 2012? Das hängt von mir ab, weil ich das denk ja wieder mit ihm zusammenzuwirken werde, also vorerst ihr PS3, lieber würde ich's mir natürlich für PC holen, wegen Grafik, bla, aber naja. Und an den, der sich im Chat LPN05 nennt, ändere mal bitte deinen Namen, ne? Ja. Magst du DJN003? Also, ich habe mit ihm nicht viel zu tun, beziehungsweise wollen wir auch nichts miteinander zu tun haben. Ich sage jetzt auch nicht meine Meinung, ob ich ihn gut finde oder nicht, weil, naja. Der Streit zwischen ihm und alles ist klar, das muss nicht noch weiter ausgekragen werden, denke ich mal. Magst du Spongebob? Ich habe in den GTA San Andreas zurückgefahren, das sollte meine Antwort ja reichen, oder? Magst du Pokémon? Pokémon habe ich früher gerne gespielt, ich zocke es aber aktuell fast gar nicht. Also, so gut bin ich mehr. Obwohl ich mein Game Boy noch umliegen habe mit gelben Edition. Was hast du für einen Hund? Wir haben einen Dackel, der ist nicht anders wie ein Schäferhund. Magst du Karotten? Ja, mag ich. Wie findest du GameClobe? GameClobe finde ich eigentlich recht geil, weil es halt wie so LevelClan nur ein Browser ist. Und das echt schon Hammer ist, dass es so gut programmiert wurde, dass auch ein Browser recht gut funktioniert, wie ihr es ja im letzten Jahr gesehen habt. Also, wenn du die Frage gestellt hast, ohne das Video von mir geguckt zu haben, guck erstmal rein, bitte. Bringt dir, glaube ich, ein bisschen mehr. Wir können ja ein paar Ne-Mission nochmal machen hier, bevor ich überhaupt nichts so mache und überhaupt nichts eh raffe, weil ihr eh alle dazwischen redet. Magst du X-Act? Ja. Eigentlich quasche ich hier alles. Ja, stimmt, ja. Aber ich kenne ihn, ja, gut, ist richtig, egal. An Jan. Er hat mal angefangen Battlefield 3 zu let's playen, aber hat es nicht weiter gemacht. Grund ist, weil es eh keiner von euch guckt. Also, ihr seid nicht so alle wirklich die Shooter-Gucker und das merkt man leider dann auch in Views und dann ist man demotiviert und dann aber kein Bock. Spiel? Let's playst du Landwirtschaftsmonitor 2013? Kaufst du hier dann gerne. Ich finde es... Hm? Nicht schon gut. Du magst deinen Controller nicht, oder? Nee, der geht dann irgendwann wieder aus. Ich weiß noch nicht warum. Hey, hey, was ist going on? Batterien sind da. Ähm. Wie findest du Hardy? Geil, Hardy ist der beste von PSV. Let's playst du das Testament des... Was? Sherlock Holmes, meinst du? Nein, das ist ein Adventure-Game. Ich bin hier eigentlich ganz geil, aber nur in Monkey Island-Manier. Jetzt dein Kopf. Dann machst du mal wieder GTA SA. Ähm, also meint ihr für GTA nur, oder was? Keine Ahnung, steht hier nicht. Ja, da müsst... Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich bin gesichert, dass kommt Oden dann irgendwann nochmal. Magst du Holger? Ja, mag ich. Wir verstehen uns auch gut, denke ich mal. Also ich hoffe mal, Holger. Ist die selbe Meinung, dass wir uns gut verstehen. Ich war Holger. Wie sehen Sie mir den Dirt 3 World Tourn aus? Davon hast du ja nur die eine Woche, äh, die erste Let's Played. Dirt 3 World Tour. Dirt 3 wollte ich nicht mehr weitermachen, weil der Dirt Showdown da war und Dirt Showdown mir auch mehr Bock macht. Also mehr Bock gemacht hab, weil es ja eh durch ist. Ähm, und mal hier an Philipp und Mr. Minecraft, Slash Kick und dann die Klammern. Und da, in den Klammern muss der Name sein. Dann könnt ihr auch die Leute kicken. Dann brauche ich das nicht immer zu machen. Haha, hast du schon eine Handlanger? Ne, weil ich bin so circa 3 cm unter, über dem, äh, Jet-Ende. So, jetzt erstmal abbauen, nachdem wir die Cops hier hingeführt haben und den Hinterhalt ausgelöst haben und tschüss. Äh, baba. Wie findest du die Fahrphysik von Sleeping Dogs? Sie gefällt mir recht gut, weil sie ein bisschen alkali-lastiger ist als bei GTA 4 zum Beispiel. Man kann ja halt driften wie ein Blöder, kann ich einfach, warte mal, ich zeig euch das mal kurz. So, und, äh, man kann folgendes auch noch, warte mal, ich suche mir grad mal ein Auto. Das ist nämlich ganz lustig eigentlich, wartet mal. Und, und tschüss. Man kann Autos in der Luft kapern und den Controller ausmachen. Jetzt leck mich doch, warum ist die Batterie denn leer? Ähm, hast du alle GTA-Teile? Äh, ich hab nur San Andreas in GTA 4 aktuell, aber 1, 2, äh, 3 bis, äh, Vice City werd ich mir auch noch holen. Für Let's Player halt. Magst du GTA 4 mit, machst du wieder GTA 4 mit Ice Egg? Ice Egg? Ja. Ice Egg? Äh. 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 Ja, wollten wir mal wieder, heute ist eigentlich schon letztes Wochenende und dann hatte er keine Zeit, dann hatte ich mal keine Zeit, dann wollte man diese Woche, dann hat der eine keine Zeit und wir wollen, ja. Ja, wann hattest du das mal akkündig, ich glaub irgendwann im Februar oder so, kann das sein? Wir haben ja was davon aufgenommen da, also, wir müssen nun mal wieder. Dann hab ich's, dann hab ich's dir nicht mitgekommen. Ja, du bist schlecht. Magst du so einen Metroid-Gamer? Hatten wir schon. Ja, in Bezug mit Holger, ich glaub das ist jetzt nicht so der wirkliche Unterschied. Außer jemand erklärt mir den. Äh, das eine ist sein YouTube-Tannel, das andere ist sein Real-Life-Gamer. Äh. Ähm. B.E.B., ich will grad Taxifahrer sein, lass mich in Ruhe, ich geh aus mein Auto raus. Boah. McDonald's oder Burger King? Oh, Alter, dieser Controller, McDonald's immer noch, hatten wir grad schon die Frage. Ja. Leute, hört mal bitte auf, die Fragen hier doppelt und dreifach zu posten. Ich komm da schon hin, ich bin allerdings so circa fünf Zentimeter über dem Chat-Ende. Ich auch, aber. Heißt, es ist noch ein paar Minuten, bis ich unten bin. Äh, machst du ein Let's Play von Need for Speed Underground? Underground 1 geht nicht, weil es Probleme halt mit Windows 7 und 14 macht und Underground 2 hat dasselbe Problem. Das hatte ich zwar aufgenommen, aber da fehlen die Cutscenes halt immer, da stört das Spiel halt da ab. Äh, also bei mir hab ich kein Problem. Ich schon, komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Ich hab 64-Bit-Systeme ansonsten. Ist jetzt gut. Pfff. Äh. Time out, bla bla bla. Straßen raufräumen, wiii. Der guckt einer gerne Battlefield 3. Ja, das ist ein Einer, das tut mir leid, aber... Naja, man muss halt die breitere Masse ansprechen können. Du sollst später bitte unter dem fünften Part von Need for Speed World, die eine Titelliste macht. Titelliste? Warum? Welche Titelliste? Hab ich irgendetwas anpasst, was ich machen sollte? Von den Musikteilen, da. Weil er das erste Lied unbedingt haben möchte. Ich weiß die ja selber nicht, okay. Und mir wünsche ich dir jetzt im Video, merke ich dir dann leider auch nicht helfen. Ähm. Boah, Leute, ich... Ich geh jetzt mal einfach ganz runter. So, was machen wir denn als nächstes Mal? Wir haben noch hier eine Nebenmission. LPN, wolltest du nicht... ...TDU 2 zu Ende zocken und dann erst mit... ...TDU Ferrari zocken? Anfangen, ja. Das hat sich aber zeitlich so ergeben, dass es nicht anders möglich war. Weil TDU 2 ist halt noch ein bisschen länger. Es zieht sich halt ein bisschen unnötig. Dann hätte ich jetzt erst Ferrari angefangen, wenn ich das Spiel durchhabe. Ja. Ne? Wer hat das... Ähm. Ja. Ja. Ich tippe mal nicht, dass du ein... ...Garxa 2-Splay machen wirst. Nein, wenn ich nicht. Es ist zu lang. Warum... Warum lag der Stream nicht? Was lag... ...Leg dich? Wieso der Stream nicht laggt? Ich hab einen Hammer-PC und eine 6.K-Leitung. Ja, und streamlich in HD. Richtig. Hahaha. Äh. Dann kannst du ja... ...Undercround 1 mit deinem S3 aufnehmen. Genau. Ich kann auch vom Bildschirm abfilmen. Wir können auch mal die Qualität komplett senken. Das ist eine gute Idee. Use the vehicle. Achso. Uh. Oh. Danke für die Message, Minecraft. Ich werde es gleich ändern. Äh. Alter, guck dir mal das Motorrad an. Ja. Ich lese mal kurz keine Fragen vor. Oh, ich muss nicht drei Vans kaputt machen. Okay. Ach. Das muss ich ja anders machen, verdammt. Boah, dieser perfekte Controller. Was ist denn dem anderen? Kauf dir mal einen neuen. Nein, ich lieg daran, weil die Batterien doppler sind. Dann wechsel die Batterien. Ja, ich habe noch einen neuen Controller, wo Batterien drin sind. Habe ich hier noch... Warte mal, ich guck mal. Habe ich hier AA-Batterien? Oder mach es so wie ich und hol dir einfach ein Kabel... Ab welcher? ...Echt? Oder mach es so wie ich und... ...ääh... ...hol dir einfach ein Kabel, ein USB-Kabel von deinem PC zu deinem Controller. Ich habe erst mal... Ich habe zwei normale Controller und einen Play-Charge, den kann ich theoretisch aufladen. Den habe ich halt nicht aufgeladen. Selber dran schubbelt. Ja, das ist richtig. So. Datenbank. Wieso? Wau mal, wie gerne kackt der Stream auch immer ab. Bei dir komm ich sowas nie. Ich muss eigentlich gerade auch, dass es so gut läuft. Ja, ja, ne? Schon heftig. Schon nett. Der Panda und... So, voilà. Der Panda, also wenn es Mike war... Und der... Philipp, die müssten sich einmal gleich neu in den Chat einloggen. Und zwar... Ähm... Und zwar, und zwar, und zwar... Stieb, 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 stieb. Ich hoffe, die haben es mitbekommen. Warum machst du so viele Let's Plays? Weil ich es kann! Hast du ein Kind? Na klar. Ich habe schon eine Großfamilie, weißt du? Ich wach's, mein Gott, ey! Pizza oder Döner? Ja, heiraten kannst du ja schon. Ja, aber habe ich jetzt nicht wirklich vor... Oh, warte, ich muss mich aber kurz in einen LKW nochmal schnappen. So, hinterher packen wir uns hier mal den netten Kollegen da. Wie findest du Leech of Legends? Scheiße! Ich meine, super toll, ganz geiles Spiel. Ah, Leute, so viel, so viele Fragen. Finde ich damit ab. Dann bist du Assassin's Creed 2 weiter LP. Werde ich die Tage mal wieder weitermachen. Ähm, jetzt habe ich mir auch wieder Bock drauf, ehrlich gesagt. Man muss ja auch Bock zu einem Spiel haben im Formel des Let's Plays. Tschüss, Jungs. Den haben wir denn hier noch zu spielen. Warst du schon wieder ein Kronk da? Oh, fick dich doch, du blöder LKW-Fahrer. Ja, ähm, an Philipp und an Mr. Minecraft mal gucken, dass bitte keiner sich Kronk nennt. Den kannst du nämlich dann direkt kicken. Eben, sowas brauchen wir ja nicht. Achso, und hinter dem Namen könnt ihr gerne noch 39 hinten dran schreiben, ja? Äh, Elixix oder Commander Krieger? Commander Krieger, lieber, ja. Elixix ist mir vom Niveau echt ganz unter das Schladenniveau echt ganz kräftig. Das kann ich mir echt nicht antun. Obwohl ich ja schon ein Niveau los bin, aber das ist echt knäftig. Oldspiel, FIFA 13. Nein, ich bin kein FIFA-Spieler. Ich habe kein FIFA. Da hast du die Frage, ob du einen den Spay davon machst, auch mal erledigt. Richtig. Und Commander Krieger schreibt man übrigens mit 10. Wie findest du Freaky Zockt? Er ist okay, ich gucke ihn ab und an mal. Nicht regelmäßig, aber ab und an schaue ich bei dem mal rein. Was hältst du von Daisy? Werde ich auch mal weit mal machen, also mal reinschauen. Weil ich habe mir ja mal Armer gecoalt und Daisy kann man ja sich dann auch mal runterladen, wäre ja nicht das Problem, denke ich mal. Check es mir. Mal weiter. Ähm. Spielst du nachher noch auf der Xbox Minecraft? Nein. Dann müsste ich hier die ganze Karte und sowas auch anmachen, das ist mir ein bisschen aufwendig. Alter, ich hasse die Mission, die ist doch scheiße. Mag jemand die Mission auch nicht? Jetzt playst du auch bald Surfer in GTA 4. Ähm. Ja, es gibt ja diesen Server-Mod mittlerweile, ne? Ich weiß nicht. Ja, es gibt den Server-Mod, GTA 4 Multiplayer. Ich weiß nicht, wenn der ausgereift ist, werde ich mir den mal angucken. Vorher werde ich aber sonst nichts machen. Ähm. Weißt du, was ich sehr intelligent finde? Vorhin kommt die Frage, warum machst du so viele Let's Plays? Jetzt kommt die Frage, wieso machst du so wenig Let's Plays? Ähm. Let's Plays to Left 4 Dead 2. Äh. Ja, werde ich nicht mehr machen, weil ich habe das jetzt von einem Abonnenten geschenkt bekommen. Danke dafür nochmal. Ähm. Und ich werde es mal gucken. Ich werde den Apix mal ansprechen, ob der mitmachen will. Weil der hat das, glaube ich, auch. Und er wollte es unbedingt auch mal machen. Deswegen wird sich das ja gut passen. Magst du noch Peter-LP? Ja, ich war mit ihm auf Gamescom und er ist, äh, ein netter Zeitgeselle. Ach, Zeitgenosse, so ist richtig. Wow. Oh, der LKW ist mir direkt vor der Fresse explodiert. Nicht um den Gut. Glaubst du, man kann in dem neuen Most Wanted richtig tunen? Ich denke mal, sowas wie Bodykits würde es geben. Richtiges Tuning mit Zweifelig ehrlich gesagt auch mal wieder. Aber gut. Wann kommen neue Parts von Test Drive, Ferrari, Racing, Legends? Legends, ich bitte da. Legends. Die Tage wird auch mal wieder was kommen. Also ich muss ja ja zukommen und alles. Das muss mir ja, denke mal, versteht man, denke ich mal, ne? Ja. Schon mal danke an Mr. Minecraft und an Philipp, dass sie gerade die Leute kicken, die... Sehr groß in der Gangreich. Ich komme kaum hinterher, ich bin schon wieder zwei Zentimeter ungefähr oben drüber. So, tschüss, LKW. So, geschafft. Hm? Was mache ich? Machst du Sleeping Dogs 100%? Wenn ja, alleine oder im LP. Es gibt kein LP davon. Ja eben, es wird auch keines davon geben. Wie gesagt, hatte ich am Anfang schon mal erwähnt gehabt. Das eher weniger ist, weil es so viele machen. Du, hier freut sich gerade einer deiner Abonnenten, dass du ein L... Äh, ein LOL-Hater bist. Das ist schön. Einer, der meine Meinung teilt. Ich weiß nicht, was man im Spiel so toll finden kann. Kennst du, äh... Döner-MC? Äh, nö, kenn ich gar nicht. Ich hab nie gehört. Ich kenn nur Döner-Dirk, aber egal. Wer ist Döner-Dirk? Ich kenn nur Döner-Booten, Adi. Das war einer, der damals auf dem Minecraft-Surfer gespielt hat und davon Videos gemacht hat. Ach so, okay. Das zusammen mit Flash 3B. Äh, 43B oder so. Äh... Zockst du noch... Äh, Playzzy? Playzzy PS3 hat weniger. Die hat mein kleiner Bruder gehabt als ich. Äh, ich zock gerade nur Xbox und PC. Äh... Bap, bap, bap... Wann kommen wieder Multiplayer-E-P's, egal was? Multiplayer-Was? Multiplayer-Let's-P's. Äh... Wenn ich... ...dass ich Bock hab. Anders kann ich dir gar nicht zu sagen. Forza 4... Warte, Forza 4 oder... Garan... Ich hab Forza 4 noch nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Aktuell da eher Gwendo Rüspel. Äh, bist du Fußball-Fan? Wenn ja, von wem? Forza 4-Voiceburg. FIFA ist scheiße. Ja, richtig. Kennst du Trails Evolution? Ja, hab ich auch für Xbox. Äh... Wie geht's dir? Gut. Euch auch? Schön. Freut mich. Mir wird gerade mal LKW, der Geld drin hat kaputt geschossen. Scheiß Kopf. Spielst du dann auch DayZ mit deinen Abonnenten? Das ist bei dem Spiel eher schwer möglich zu machen, weil sich da immer zu treffen und abzuschweren ist auch eine Ewigkeit, bis wir uns mal in einem Plot zusammengekommen sind, glaube ich. Wenn lädst du ein neues Video von Minecraft mit Julian such? Wenn ich was davon aufgenommen habe, wie gesagt. Dann kommt wieder ein FAQ, das hier ist im Ton bei ein FAQ. So könntest du es nehmen, ja, ungefähr. Ohne, dass ihr meine Fresse seht, aber ich glaube, das macht das ganze Video nur besser. Ja, vor allem, weil ich alles vorlesen darf. Richtig. Ey, du wirst dafür bezahlt, also ruhig jetzt. Du zahlst mir viel zu wenig. Sind wir seit über 1000 Euro schon beleidigt, aber was haben wir unsere Ansprüche, bitte? Ja, Entschuldigung, ich bin hier zwei Zentimeter mit dem ganzen Frang. Ja, und? Wie viele Leute sind denn gerade eigentlich im Livestream? Ähm, welches Geld kannst du hier mal woanders beschieben können? 134. Wow. Ist nett, ne? Ja, vor allem, weil ich mich gerade frage, wo kommt die ganze Frage her? Von 134 Leuten. Wusstest du, dass Ex-Mitarbeiter von Need for Speed machen, die Fahrphysik von Sleeping Dogs gemacht haben? Echt? Okay, das habe ich jetzt nicht gemerkt, weil irgendwie sieht die Autos hier schon mega als Need for Speed. Ja, finde ich auch. Du hast doch recht gespielt, oder? Ja. Also, Ruhe. Auf den billigen Plätzen. Ja, ganz billig sind die Plätze bei dir, ganz billig. Dein größter Fan sagt, du bist ein Cheater. Warum bin ich jetzt ein Cheater? Keine Ahnung. Schön. Kennst du Brick Force? Jep. Ich habe auch einen Close-Beat-Beta-Account. Ich habe es noch nicht rausgezockt, wenn wir mal so. An LPN05-Monster-Fan bitte mal den Namen ändern. Ja, echt, das willst du nicht. Machst du einen LP von Happy Wheels? Da ist schon der erste Part auf dem Kanal von ihm. Ich finde es super, wie Leute einfach meine Videos ignorieren. Ja. Magst du Ace of Space? Was ist Ace of Space? Ach, das ist der scheiß Minecraft-Shooter, ne? Keine Ahnung. Ne, mag ich nicht. War das ein Minecraft-Shooter? Keine Ahnung, ne. Magst du Animes? Was mag ich? Animes. Animes, meinst du? Ja. Nein, also außer Pokémon keinem. Was ist dein Lieblingsspiel auf der Xbox? Aktuell, was sag ich am aktuell am liebsten? Ähm, Halo 3. Also aktuell, ich habe die anderen Halo-Teile noch nicht. Äh, Kiel, äh, ne. Kuliman99, es wird kein Let's Play zu FIFA 13 geben. Richtig. So, ich mache jetzt, denke ich, diese Mission noch, dann werden wir heute mal den Stream für heute beenden. Wie gesagt, eine Stunde wollte ich da machen. Und dann werden wir nächste Woche, denke ich, nochmal weitermachen. Wie gesagt, es wird jetzt, denke ich, man möchte nicht kommen, so weit, hoffentlich, zumindest hoffe ich, schaffe ich das. Diablo 3 oder World of Warcraft? Äh, Diablo 3. Magst du Eishockey? Nicht wirklich, ne. Ich bin grundsätzlich kein großer Sportfan. Kommt ein Livestream von Need for Speed oder anderen Racing-Spielen? Wenn ich das so Lust habe, ja. Livestreams immer so spontan, weil ich da spiele, also deswegen kann alles kommen. Ja, ja, Eishockey tritt den Chat, den kannst du mal bitte kicken, Philipp. Aber ich denke mal eher, dass es das nächste Mal eher Darksize 2 gibt, weil wir das heute hier nicht gemacht haben, wird es beim nächsten Mal drankommen. Denk ich mal, bin mir sicher. Was würdest du machen, wenn du Titten hättest? Oh ja. Man kann sich seinen Teil denken, oder? Einmal Fett auf den Tisch hauen. Ja, ihr braucht die Frage nicht mehrmals zu schreiben. Was war dein bester Need for Speed-Teil? Mein bester, ja. Damals, als ich den noch entwickelt habe. Fass ich auch noch so sage. Also ich finde, ich bin super mir EA-Mitarbeiter. Ich habe super Need for Speed-Teile gemacht. Also ich finde alle meine Teile super. Ich bin eh von mir selbst voll eingenommen. Halt EA-Einstellung. Das war doch, wollen wir doch mal die Karre von dem kaputt machen, hm? Ey, LPN05. What's up? Ja, what's up? Alle rumbrillen im Chat. Wir beide sind die Besten. Machst du ein Let's Play von Halo 4? Hm? Machst du ein Let's Play von Halo 4? Ich, vielleicht, vielleicht. LPN, du bist geil. Ich weiß. Du machst geile LPs. Ich weiß, danke. Also, kann ich jetzt auch mal... Oh, du Scheißkarre, es gibt mir doch... Ich komme nicht an die Wien. Machst du ein Let's Play von Paint? Nein. So, ehrlich, nee. Ich komme nicht an die Scheiß... Ich soll hier an das Scheiß Reifenkreuz rausholen, nur... Hallo. Leck mich doch, es ist kackt, bist du... So, schieß es einfach kaputt, tut es auch. So. Wir gehen jetzt erstmal raus aus dem Spiel, wir werden jetzt erstmal speichern. Wir werden jetzt hier 100%ig auch jemand, äh, der meint zu faken. Oh. So, außer er schreibt mich jetzt bei Skype an. So, ich ändere jetzt erstmal kurz das Fenster bei X-Blood wieder. Äh, kennst du... Kennst du das Free-to-Play-Game, World of Tanks? Jo, kenn ich. Habe ich auch auf Gamescom gesehen, da hatten sie einen, äh, ESL-Stand davon. Der Strohsack ist ein Riesen-Fan von dir. Ähm, ich wollte nur sagen, der Isaac-RP war der echte. Oh. Er hat mir gerade geschrieben, ich finde es schon toll, wenn ich im Check gebannt werde. Ein Band-Thema, bitte. Schon dabei. Wir müssen wieder frei sein. So, ähm, ja, äh... Hören. Was ist denn? Was ist los? So, jetzt ist er frei. Okay. Bringt das ja jetzt eh nicht mehr viel, weil wir jetzt eh, denke ich mal, langsam aufhören, ne? Ich werde jetzt noch einen schönen Schluck trinken, weil ich es kann. Und dann... Let's play to Need for Speed MW2. Ja. Und so wie MW3 auch. Nein, Spaß. Ja, werde ich. Äh... Oh, das könnte er aufhören, uns Fragen zu schreiben. Wir wollen nämlich jetzt aufhören mit dem Stream. Und dann werden wir, denke ich, nächste Woche Freitag... Weiter machen. Nächstes Mal waren wir, denke ich, mal Darksiders. Zwei. Vielleicht. Mal gucken. Und, äh... So, sag ich mal, haut rein. Ich bedanke mich bei Kai fürs Vorlesen. Jo. Okay, das ist okay. Dafür bekommen wir mal so gut. Und, äh... Ich hab noch eine Frage. Wann kommt wieder was mit SwissTobi? Wir machen gerade auf dem SNP-Style bei Minecraft-Spielen ein bisschen zusammen. Kann sein, dass ja mal ein nächster Teil was zusammenkommt. Vielleicht, ja. So, jetzt war's das aber auch. Jetzt keine Fragen mehr stellen. Ich werde den Chat gleich einfach schließen, so. Und... Wann ist der nächste Stream? Halt's faul. Nächste Woche Freitag. So. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Jetzt lehnt sich auch nichts mehr vor. Richtig. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder. Ich bedanke mich nur mal beim Kai. Und, äh, ich sag mal, bis denne und ciao, ne? Du sollst dich auch verabschieden. Ja, ciao. Ciao. So.